Okay, alle guten Dinge sind drei. Hier haben wir den letzten im Bunde, Felix. Wie ist dein erster Eindruck von Alternate? Eigentlich besser geht es eigentlich gar nicht. Weil leider in des Laden aus es bietet eigentlich die besten Voraussetzungen für die neue Season. Und heute Morgen war ein bisschen Badminton-Spielen. War sehr witzig, muss ich sagen. Zwar hat uns Sulek und Uri ein bisschen geraped. Aber was soll's, ne? Revanche gibt es demnächst, denke ich mal. Ja, und jetzt sind wir ein bisschen am trainieren. Okay, du bist ja einer der erfahrenen bei uns im Team, sozusagen von den Neuen auch. Du hast auch sehr viele Angebote vor der Saison gehabt von anderen Teams. Wieso hast du dich gerade für uns entschieden, sozusagen? Die Entscheidung fiel eigentlich nicht schwer, muss man sagen. Ich meine, Alternate ist ein namhafter Clan. Und Julian und Bleck sind zwei richtig erfahrene Spieler. Und ich meine, eigentlich ist es für jeden ein Trauma, für Alternate zu spielen. Und ja, genau. Alles klar, was sind die Pläne noch für heute? Für heute? Ja, ein bisschen trainieren, reinatmen, ein bisschen auf die Season anstoßen, ein bisschen was trinken. Alles klar, vielen Dank, Felix. Bitteschön.